Guten Tag, mein Name ist Arnulf Koch. Das ist Teil 2 meiner Einordnung von Länderwetten und wissenschaftlichem Investieren. Jetzt schauen wir uns mal an, wie denn ein Land bei MSCI klassifiziert wird. Und los geht's. Dazu gehen wir jetzt einfach mal zu Google und schauen uns einfach mal die Market Classification an, was denn da so die Kriterien sind. Letztendlich gibt es eine Einordnung der Märkte in Develop-Market, also entwickelte Länder, entwickelte Märkte, also da, wo man am besten reininvestieren kann. Schwellenländer, Emerging Markets, Frontier Markets, das sind nochmal eine Stufe drunter. Da sieht man auch schon die Länder, Kenia, Mauritius, Bahrain, Estland, Standalone-Market-Indizes, die irgendwie nicht reingruppiert wurden. In Argentinien waren wir pleite, ja, Bulgarien, Malta, Inter-Europa oder in der Europäischen Union und Libanon und so weiter. Also das sind einfach verschiedene Klassifikationen und MSCI beschreibt auch, wie die das machen. Gibt's das MSCI Market Classification Framework und dann schauen wir mal rein, das sind die Kriterien jetzt beschrieben. Machen wir mal groß, dass man sie ein bisschen lesen kann. Ja, perfekt. Letztendlich, es gibt drei Kriterien, wie ein Land klassifiziert wird, damit es in Frontier als unterste Stufe, in Emerging Markets oder in Develop-Markets reinkommt. Das erste ist erstmal, wie nachhaltig die wirtschaftliche Entwicklung ist und dann sagt, die ersten zwei brauchen da kein Kriterium. Und ein Develop-Market muss von der Weltbank herausgegebenen Grenzwert für hohes Einkommen 25 Prozent darüber liegen für drei Jahre. Und jetzt sage ich, wo ist das wissenschaftlich, wo ist da die Willkür, warum drei Jahre und nicht vier Jahre? Warum müssen es drei Jahre sein, nicht schon nach zwei Jahren? Warum 25 Prozent? Warum nicht 23,758 Prozent? Vielleicht ergibt sich das aus irgendeiner Herleitung viel besser. 25 Prozent hört sich für mich nach einer sehr willkürlichen Schwanke an, die man gesetzt hat. Also das ist so eine Sache, wo ich denke, wenn ich mir dann selber Kriterien ausdenke, wie ich die Länder einordne, und das schauen wir uns dann mal, wenn wir uns die Länder sehen, an, dass es da auch nicht schlimmer oder besser werden kann. Deswegen, Länderwetten bin ich vorsichtig. Das nächste ist, schauen wir mal, Size and Liquidity Requirements, also wie groß sind die Unternehmen, wie viel Kapital können die denn überhaupt von internationalen Investoren aufnehmen? Auch hier wieder schreibt es vor, es muss genau zwei Unternehmen geben in einem Frontier-Market, in einem Emerging-Market 3 und in einem Develop-Market 5, die die Kriterien erfüllen. Das ist auch spannend. 2, 3, 5, warum nicht 2, 3, 4, warum nicht 2, 3, 10 oder so was? Warum muss es genau 5 sein und warum müssen sie dann eine Company-Größe oder nehmen wir die Free Float von 2,343 Milliarden US-Dollar haben? Warum nicht 2,345 oder warum nicht einfach nur 2 oder 4 oder was auch immer? Also auch hier ist wieder, die wird sich aus irgendwelchen Sachen zusammensetzen, aber erstmal ist es eine willkürliche Zahl und Secure Liquidity, letztendlich verschiedene Sachen, 2,5, 15, 20, warum nicht 22,1? Also einfach auch da haben Forscher bei MSCI sich Kriterien überlegt, in denen sie alles einsortieren und haben damit ein standardisiertes Schema geschaffen, was eine, sage ich mal, eine gute Strategie ist und so sollte auch jeder vorgehen, dass er sich überlegt, was ist meine Strategie? Aber die Kriterien für die Strategie muss jetzt jeder mit wohlfühlen und das sind irgendwelche Kriterien, mit denen sich die Wissenschaftler wohlgefühlt haben, aber es kann mir keiner sagen, dass es genau bei 25 und genau bei 20 Prozent irgendwelche Kriterien sind, wenn umgedreht dafür hier auf drei oder sogar sind das vier signifikante Stellen, dann die Market-Kapitalisierung betragen muss. Also das ist alles ein bisschen komisch. Und danach natürlich kann ich denn überhaupt in einem fremden Land als Ausländer investieren, da gibt es dann auch Kriterien, schauen wir uns eben an, Openness for Foreign Ownership, also erlaubt, welches dem Land fremde Eigentümer eine Aktie überhaupt erlaubt. Und dann Frontier Market, at least someone, at least some. Was bedeutet at least some? Wenigstens irgendwelche Offenheit für fremdes Eigentum, also was ist das für ein Kriterium? Dann geht es weiter, significant. Es muss signifikante Offenheit sein. Was ist denn signifikant? Schauen wir uns mal ganz kurz signifikant ein paar Definitionen an. In deutlicher Weise wesentlich wichtig, erheblich erkennbar. Also man sollte es deutlich erkennen, dass man investieren kann. Oder Statistik, müssen wir nicht eher vielleicht aus dem Zahlenwerk machen, zu groß, um noch als zufällig gelten zu können. Also dass es sich aus dem Rauschen erhebt. Also das sind alles Kriterien, wo ich, sage ich mal, finde, dass es eine sehr vage Definition ist. Und die dann am Schluss so läuft, dass sich halt einfach ein Rat aus Finanzmarktforschung bei MSCI dann hinsetzt. Und das hat beurteilt, welche Vorteile, welche Nachteile bietet die Gesetzgebung in dem Land für fremdes Eigentum, für die anderen Kriterien, wie eben ja Ease of Capital Influss, Outfluss. Vielleicht kann ich da Geld in das Land bringen. Wie kann ich das am Schluss wieder rausziehen, wenn ich solche Erträge gemacht habe oder Verluste begrenzen will. Und die werden das dann einfach bewerten und sagen, okay, es gibt wenigstens irgendwelche Vereinfachungen oder es sind signifikant, aber was soll das bedeuten? Oder es sind, sage ich mal, es ist sehr hoch einfach, das zu machen. Also dieses ganze Kriterium, wie Länder bewertet werden da drin, sage ich mal, es ist ein festes Schema da. Aber die Herleitung davon ist halt jetzt einfach an willkürlichen Kriterien erfolgt, die natürlich praxistauglich sind. Aber sowas dann als Gesetz herzustellen und was man natürlich auch daran sieht, dass sich unterschiedliche Indexanbieter, beim einen ist das schöne Beispiel zum Beispiel, na, wo ist es, Korea, Südkorea, Samsung-Handys, würde ich sagen, Weltmarktführer bei Handys, glaube ich, vor Apple oder sowas, tolle Geräte. Sind da ein Schwellenlandprodukt bei Fuzzi, also dem britischen Anbieter, worauf die Vanguard-Produkte zum Beispiel laufen, ist dann Korea bei den Develop-Markets mit drin, weil halt einfach die Forscher zu unterschiedlichen Einordnungen gekommen sind. Und das sind immer so Sachen, wo ich sage, seid mal ein bisschen vorsichtig, wenn ihr sagt, irgendwas ist eine Länderwette. Am Schluss, je nach Definition, wie ihr Länderwette definiert, ist es nichts anderes, was die bei den Indexagenturen machen. Das war es dazu. Und das nächste, im nächsten Video schauen wir uns einmal genau an, wie denn das in der Praxis aussieht.